so hello und willkommen zu einer neuen folge minecraft franzl zu der zehnten folgen und ja letzte folgen könnt ihr auch wieder rechts oben bei mir ausstecken wir haben da so ein bootsrennen gemacht so mit so speedboats da haben wir es gegen so einen reichen da gewohne und der hat irgendwie gesagt wir kriegen einen check aber nachher ist irgendwie weg gegangen da war der detlef noch mal dran ich weiß selber nicht aber ich bin so ein ganz rennen gewohne und ja das war eigentlich relativ lustig so eben einen lamborghini traktor genau wir haben ja eigentlich noch viel geld da was haben wir da und da ist noch ein bisschen kartoffeln kann kommen auch baumeis machen oder sowas so und da haben wir noch die ganzen chests unten da haben wir das ganze geld noch immer richtig viel geld eigentlich gibt es der autokauf oder was ich was sondern beides wieder zu so mit der ganzen ganze spielkonsole in der neue wasser kommen irgendwann versteigern ich weiß nicht dass wir die ganze spielkonsole in der neue wasser kommen wir haben kein minecoin im bankkonto drin Okay, ähm, ja sonst irgendwas anderes oder gibt's uns noch eine Einsicht? Artikel-Coin haben wir im Bankkonto. Artikel-Coin? Ancient-Coin? Ja, äh, ja sonst gibt's eigentlich nix, oder? Irgendwas passiert's? Äh, ich brauche eine Unterschrift. Eine Unterschrift brauchen's. Äh, eh nix für, fürs Wöhne oder irgendwas. Hoffentlich nix schlechtes. Eine Unterschrift. Eine Unterschrift. Zur Einwilligung des Datenschutzgesetzes. Da sind noch die Esel da drauf. Ah, Datenschutzgesetz, ja noch sicher. Ich hab auch mein Konto mit meinen 3 Billionen drauf gefüllt. Äh, da gebe ich euch alle meine Daten. Einmal unterschreiben. Äh, soll ich unterschreiben? Äh, Franzl, ähm, äh, Hütten-Gaudi. So, alles gut. Franzl Hütten-Gaudi. Alles gut? Super, das lege ich ein ins Bankkonto. Ja, natürlich. Ich, ich, ich weiß eigentlich nicht, äh, dass mein Nachname überhaupt Hütten-Gaudi ist. Aber Hütten-Gaudi ist auch schön zu Wort, deswegen hab ich's hier geschrieben. Ähm. Oh, hallo, grüß dich, servus. Oh. Wer bin? Ich bin DJ Bobo. Okay, äh, DJ Bobo. Aber wo kommst du eigentlich her eigentlich? Du bist mein größter Fan. Äh, größter Fan? Äh, warum bist du eigentlich Iron Man und sowas? Ich bin DJ Bobo. Warum DJ? Oh, hallo. Hä? 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 Bobo. Alles gut, alles gut, Bobo. 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 DJ Bobo. 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 DJ Bobo. Auf zu meiner nächsten Single. Oh mein Gott, das feeling. Oh, äh. Oh, Detlef hast du irgendwie teleport gemacht. Äh. Okay. Ähm. Was ist da hinten? Da ist immer das Ding. Ich bin grad irgendwie teleportet geworden, okay. Ähm. Detlef ist, sind wir da. Das sind ganze Lammes, ne? Oder Vermieter, ist irgendwie da? Wo, hab ich die Mieten schon zahlt für den Monat? Da steht immer noch ja. So, äh. Okay. Der hat jetzt, der hat jetzt auch Haus dargestellt. Oh, ah. Wer bist du denn? Was hast du mit der Hände aufgeführt? Was für Nopes? Nopes. Was hast du? Was hast du? Nopes. Oh. Okay. Wo? Nopes? Äh. Okay. Was für ein Nopes? Wie ein Baumeister oder was? Äh. Der Mieter ist irgendwer da. Detlef. So. Ähm. Was wollte ich machen? Genau. Ich nehme da glaube ich ein bisschen Schnitzel aus. Das ist glaube ich fähig Schnitzel. Ein bisschen Albtudler. Ein bisschen Energy Drink, oder? Was ist denn Energy Drink? Macht ein bisschen einen Boost, oder? Und ein Wasser. Ich glaube ich nehme da noch ein Energy Drink, alles gut. So. Ähm. Oh. Hallo? Oh. Hallo kurz. Na. Osto. 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 so gehen wir in Richtung Bankkonto Typ ok da ist ein Lama warte mal was ist das? ist das ein Haus? eine Villa? da ist immer das Geld das ist ein Lama das Heu oben drinnen he he Kaka Hau das ist 100% Detlef Haus hallo Detlef hallo Detlef bist du zu Hause? das ist schon gar nicht so schlecht aus eigentlich ha Haus Schokolade kein Schokolade ja genau DJ Popo genau das ist glaube ich der DJ Popo das ist glaube ich der das Haus gemacht aus Popo ha aus Popo ok aber das ist richtig schöne Aussicht oder ein bisschen schön Licht was haben wir da drinnen am Pichl Shade of Vision Wind of Bast das sieht gut aus ha so da ist ja ein bisschen Licht das ist ein Geschenk für Kanzl Kanzl ja ja was für ein Geschenk ha 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 wie geht's auch ok ok was war es nachher das ha 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 ok dann ist der Detlef auch schon wieder weg jetzt glaube ich nichts drinnen ich glaube der Detlef hat noch nichts ich glaube ich gebe dir ein bisschen Geld da rein hat ein bisschen Geld dann gebe ich ihm einen Energydrink dann ist er hyperaktiv hier da komplett äh außer sich aber ich hab das wirklich einfach so kaka aus sogar so kleine Spitzen aber ist richtig cool macht so ein Detlef aus ich weiß ja der Detlef ich weiß nicht ob das überhaupt Absicht war vom Detlef dass er das Haus macht genau der hat nur so ganz häufig der Inus kehrt ha 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 riecht sogar wie zuhause riecht sogar wie zuhause äh was wundern ich fühl mich direkt wohl als Tag wie viel kostet äh wie viel kostet das vergeben vom Detlef Waladiga jetzt der Sack wie viel kostet als das äh 5 Millionen Waladiga ich hab diesen hier das und das Waladiga es reicht nur reicht nicht Peter ne reicht nicht Waladiga jetzt geh raus aus meiner Wohnung Waladiga 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 oh ok 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 Wo, wo? Sind da eigentlich noch irgendwelche Eizungen? Was ist das? Hey, hey. Miau, Gui, Stavoy. Okay. Warum fötter die Treppen eigentlich? Das ist die Frage. Ich glaube, da kommen wir gar nicht mehr auf. Ich glaube, das war eh da. So, da gehen wir da rein. Ich bin Detlefs Mutter da. Ich weiß nicht, kann ich das irgendwie aufhängen? Nein, ich glaube nicht. Oh, was für ein Link. Content Uploads. Nilpferd lacht. JPG. Okay. Okay. Ähm, so ein bisschen schlitzel. Äh, hallo? Warte, wo liegen wir? Oh. Oh nein, nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Hey, wie ist das? Warum ist das? Warum ist das da oben? Warum ist das da oben, nicht? Oh, oh. Nicht schon wieder. Terrorist, Mann. Oh, oh, nicht schon wieder. Okay. Ich habe noch nichts singt. Ich habe noch nichts singt. Oh, das war DJ Bobo. Aaaahhh. So, 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 so. Kann ich nicht sehen? Oh. Wo ist hier das Klo? Hier. Oh. Ich habe noch kein Klo. Weißte fast. Nein, es ist Klo. Nein, 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 nein. Das ist es Manns. Ich habe noch einen Lamborghini. Nein, nein, nein. Kommst du da aus, dufon. Ah, das ist Manns? Was ist das? Was ist denn das für ein Ding? Das ist das Töten. Weg. alles gut so ist zugesperrt jemand war am balkon das merkte keiner so was willst du nicht was war das für viel ich war da wespen oder irgendwas ok so was kann man mit der coin da machen ancient coin was glaubst du die kann das irgendwie versteigern beim bankkonto typ oder so ich lage sie mal da ein so wir haben einen goldenen opfer annau sondern euren tut er aber was wirst du oblo joker kreditkorten eigentlich ich brauche robux robux ich kann auch was geben da war kauft der robux kauf der robux und die in robux in der versammlung fortnet ja wo sie es gut ist ja wo sie sind hallo hallo ich meine hallo ist hier ein gustavo ja ja der wohnt irgendwie glaube ich glaube da oder der ist ziemlich muskulös und das ist ja richtiger surfer was für ein surfer der ist ein alter sock der wohnt da drinnen ach nein das sind ein bisschen verwechslungsgefahr auf jeden fall ist es das schöne ist es das schöne ja wie soll ich sagen habe ich ihn auf single singleoma staten.com kennengelernt singleoma ok tschüss wer war das hinter mir ok ich glaube das war wieder der geist geist gib mir einmal ein zeichen wenn du da bist irgendwie ok das war nur die chalkerbox nur Ich glaube der ist nicht da, ich glaube das war der Franzl da da gerade, also der hat ja eben hier umgetreten, auf einmal war der Zwilling irgendwie, also vielleicht da habe ich einen Zwilling, was nicht. Ja, dann würde ich mal sagen, es war es für die folgen, lasst ein Like und abonniert mich für mehr Minecraft Franzl und aktiviert die Glocke, dass ihr direkt am Start seid bei Minecraft Franzl, also nichts verpasst, dass ihr direkt der erste seid, der da Minecraft Franzl schaut. Und ja, lasst ein Like da und abonniert mich für mehr Minecraft Franzl und ciao.